Was ist mit seinen Augen los? In ihnen steckt mehr, ihnen so nach vorne und raus bist du. In der Zwischenzeit ist übrigens... Das wissen wir doch schon. Okay, da müssen wir auch hin. Ich will nicht! Was? In der Zwischenzeit ist übrigens auch sehr viel passiert. Ich habe nämlich jetzt auch schon ein kleines bisschen nicht mehr gespielt. Und ich habe gestreamt. Und deswegen sind meine Einstellungen jetzt auch ein bisschen anders vom Ton her. Ich hoffe, das Spiel ist immer noch laut genug. Und ich bin nicht zu laut, weil ich sehe gerade, ich bin die ganze Zeit irgendwie im gelben oder roten Bereich. Muss das mal ein bisschen weiter weg machen. Und... Sind die alle tot? Muss ich jetzt alle erschießen? Ja, das frage ich mich auch. Nur doch auf damit. Aber anders komme ich da nicht ran, ne? Kann ich vor dem weglaufen? Aber wo ist die Walfangstation? Nein! Ich hoffe, die sind langsam. Wo ist denn jetzt die Walfangstation? Ah! Nein! Ich werde ihn nicht ersch... Nein! Warum hat er sich denn nicht weggerollt? Ah! Pierce kam in der Gefängniszelle wieder zur Besinnung. Brady wollte ihn freilassen, doch Pierce' Zustand zwang ihn zu einer unmöglichen Entscheidung. Der Detective ist jetzt hinter Sarah Hawkins her. Er erhofft, die verrückte Künstlerin zu finden, bevor sie die Dinge noch schlimmer macht. Müsst ihr jetzt alle erschießen? Ich weiß auch nicht. Ist das die dabei? Hä? Hä? Wie, wie, äh? Wo ist denn die Walfangstation? Was ist los mit dir? Lebt da Käpt'n noch? Oh, gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Das ist Charles? Dr. Fuller? Das ist ne Kröte, oder? Äh! Was geht? Was geht? Okay, ich komme hier nicht durch. Okay, die haben die also als Orakel gesehen, oder was? Was? Haben wir ihn da, haben wir ihn da. Was willst du von mir? Was? 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 Was ist ihr los? Ich würde sie schon gerne retten. Ich hoffe, das finde ich jetzt hier auch irgendwo. Verbandskasten. Bitte lass den Verbandskasten hier irgendwo sein. Komm schon, ich möchte Kat wirklich retten. Ich mag sie trotzdem, auch wenn sie so kacke war. Gibt es in der Toilette einen Verbandskasten? Kann ich mich nur verstecken, oder was? Was ist das denn? Ich hoffe, Fitzroy hat hier noch... War das Fitzroy? Verbandskasten? Nein. Dann müsste ich vielleicht doch mal im gestrandeten Wal gucken, ob ich einen Verbandskasten finde. für die liebe Kat. Kat, halte durch! Ich rette dich! Oh nein! Hast du einen Verbandskasten? Hast du einen Verbandskasten? Ich suche einen Verbandskasten! Hahaha! Heilige Scheiße! Was is denn hier los? Hier komme ich nicht durch. Und ist es alles so verdammt neblig? Ich sehe halt fast gar nichts. Verbandskasten. Hahaha! Shit, hier finde ich nirgendwo einen Verbandskasten Da komme ich auch nicht mehr rein Cat, bitte halte durch Ich mag dich, du musst überleben Spinnst du? Tut mir leid, aber ich muss sie alle umlegen Ich brauche doch nur einen Verbandskasten, bitte Ist auch alles dicht, ne? Hier komme ich auf einmal rein Die mache ich kalt Ist mir egal Cat, ich habe einen Verbandskasten Dieser Verbandskasten wird sich jetzt nützlich erweisen Diese besessenen, verrückten roten ganz Darkwater aus Aber ich will lebend von dir verschwinden Ja Kann ich hier noch irgendwas finden? Ja, sorry, du, aber es ging nicht anders Und schon ist wieder neblig Oh Cat Cat, ich komme Ich würde gerne wissen, wo die Walfangstation ist Aber in erster Linie möchte ich erst mal Cat retten Cat, bitte Bitte habt überlebt Halte durch Ich töte Menschen für dich Habe ich die Tür offen gelassen? Cat Ich bin hier im Moment Ich bin hier im Moment Und jetzt Und jetzt